ist jetzt 41 der mensch pro sekunde und elektroschaden und eisschaden ich habe mehr ich habe 45 okay dann bei ich vor allem aus einem brust oder so ja für level 8 level 6 okay ja ich weiß nicht dabei ist ja schon ja ich brauche das boi 83 weißt du was ich gerade hier habe schon wieder ein dick penis die die letzte mal über krasser die war richtig hart ja die war richtig geil die doch so die hatte gift effekt oder so jetzt herumgesprüht es immer nur so Monds awards niveau mental am aveitung von letzten malgeht da nicht rein ja vor den gardien genau le жен behauptet du meinen avocat erst mal angehaben als du dir nicht sein wir gehen wie gehen wie ich würde sagen wir gehen doch rein und fehlen oder okay okay erstmal verschlucken genau wollen wir jetzt echt da reingehen ja ich würde sagen war mal sieht es genauso aus ja das ist relativ ähnlicher also ich will die waffe alter okay ich muss mehr range gehen eindeutig ich krieg hier übel in der mitsch ich netz so ist gut ja ich freilich weil du engineer ist und naja trust me am engineer ist so geil ich muss den namen schicken oh gott nein alter 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 was zieht mir da so auf die fresse ich muss ja weg ich auch ich muss ja einfach reinhau krass mann und der hier der hat der scheiß gut so geht ihm nicht das down ja das aber bei mir nichts geiles getroppt im gefühl ist es krasser wie letztes mal also von mobs ja gell da war das schon wieder so ein fettstag oder was alter alter ich glaube irgendwie in die krass andere richtung ja in general so general pistole 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 ich habe neues wort davon pistole level ab alter was kommt da für ein fetter das ist das band was alter ich hole mal ein bisschen ich gehe mal ein bisschen schillen kann ich ja mal kämpfen ein bisschen auf der mitschie auf fernkampf die sie haben jetzt fertig auf die fresse ich ich habe meine ganze skills rein hier nein warum gehe ich schon wieder auf fernkampf er auf nahkampf ja ich gehe wieder weg so weißt du was jetzt oh da geht auf mich ja jetzt geht es auf mich weg 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 ich komme mal dir ein bisschen helfen nr 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 fertig die sau ja mor bohrer wohnung so ein jetzt ja wir haben die die tats gemacht er auf jeden fall gut aber ich will ich will mir noch in die andere richtung gleich ja natürlich dort kurz ich hab grad paar sachen geleistet das sind gegner nr warum sind es so viele hier alter vater moll das sind aber ein paar zombies wo bist du hin ich bin weiter gelaufen ja wo ach hier äh ja genau bohr ich bin fast schon wieder tot leck mich doch an den wenn du so alleine so rein bäschst ohne auf mich zu warten weil ich es kann nein komm jetzt scheiß skelett so ich kann mal wieder aufleveln juhu auf was gehen wir denn da und dann machen wir so hier ähm damage auf jeden fall bohr ich geh jetzt nur auf magic damage mal echt krass ich geh du auf magic und ich geh einfach auf weapon damage ähm warte mal warte mal ich geh mal so lange kurz geradeaus mach das bohr die attacke haut jetzt noch immer rein ist geil ähm haut rein aha okay die ist schon ordentlich die attacke ich lieb meinen ingenieur jetzt schon voll krass ich mag den und vor allem mein wiesel das wuselt so schön rum ha 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 bohr bohr was war das nochmal bohr was war das adert da kommen wir raus okay dann gehen wir die andere Richtung ja gehen wir nochmal ja mhm in the background komm das sind fledermäuse alter mein feuerzeug haut jetzt richtig rein ich hab das grad hochgestockt okay ja bei mir pf ich hab nur noch die ich hab aber mein leuchtetes grün bei mir ja gell ja geil läuft es bei dir jetzt wieder einigermaßen flüssig oder äh jetzt grad 60 okay geil grad eben hat er am pc auch nur ein update gemacht oder so ja ich glaub irgendwie ich weiß auch nicht das kann ich nicht beurteilen sop tortschleid 2 wieviel einmal denn warte mal jetzt heiho 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 bissle geht noch da geht noch einiges naja so jetzt gehen wir warte mal da liegt doch irgendwas noch bei mir zumindest da liegt was ja ich hab natürlich was blaues übersehen oder was orangenes genau macht nur 41 damage pro sekunde und ich hab's nicht ausgerüstet genau und es macht sogar 42 damage ja genau aber meint das mal noch physical damage ein schild brauchst du ein schild ein schild äh ja wär geil für meine linke hand äh ich geb dir mal ich lege es mal dahin also das sehe ich ja nur ja ähm musst du wieder verhandeln äh oder was ja genau ja 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 ich tics ok da hab ich das hier aber warte ich dann gebe ich dir auch mal die dinge die armpost und was brauchst du boah geil ich kann dir mal das noch geben vielleicht das sieht auch nicht schlecht aus also boah 54 ok warte mal was kann ich dir noch geben äh das ich kann dir mal die hier geben falls du die wählst ja das kann ich dir auch noch geben zum verticke vielleicht ja das ist geil ok machen wir das jo dankeschön bitteschön äh so bissl äh ach die kann ich jetzt auch benutzen ah die macht ja 43 damage geil 39 54 54 oh boah das ist einfach nur fett und stachlich fett und stachlich haa 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 ok jetzt bin ich wieder ein bisschen besser ausgerüstet jetzt hab ich ne a jetzt hab ich die armbrust und meinen dicken stachliges ding da so jetzt gehen wir da da ist ein toten kopf hier hin hihihi hihihi was war das? war das ein tiger? hm ich hab grad irgendwas pro möge gehört war das denn mage? ja ok ich hab auch irgendwie hunger ich ich hab zwar erst grad äh drei teller äh spaghetti gefressen aber aber jungs gab's auch spaghetti echt? hammerfett nice ich hab aber ich hab irgendwie abends immer hunger furchtbar ja und ich kann die ganze zeit essen ohja da oben schau mal da oben liegt ein skelett ja siehst du das? mhm es wurde wahrscheinlich geopfert haha spaßt ok jetzt können wir da rechts gehen wir erst rechts lang oder? ja hallo boah jetzt probier ich mal die armbrust aus boah ey wie sie alle noch mitkriechen die ist so überragend boah ey alter wie schnell ist die? gell die ist richtig schnell die ist voll gut manne alter armbrust ist ja bombe ah die ist zweihändig oder? ja aber ich kann das ding jetzt noch nehmen hau nein du scheiße nein keine Mörder es geht alter da ist ein zombie fuck man die ziehen so übel komm her du scheiß bastard boah die attacke ist überragend wow ich hab den mit einem schlag gekillt what? ich hab grad glaub ich ne gun gehabt warte mal vielleicht ist das was für dich ähm 54 damage ah requires level stream requires level 7 ja dann kann ichs nicht tragen äh warte mal was hab ich ich hab wieder ne ah dem hat sich dieselbe waffe ich hab ne peace and gun of mortal wound mit 43 damage also ne schusswaffe okay ach ach level 8 ach ich geb sie dir nachher vielleicht mal ok ja ok hey ich will es anwenden ähm hier gehts nicht irgendwie weiter oder so btf ok äh warte mal ah ne das ist verschlossen mhm dann müssen wir pff keine ahnung ja aber gib mal hier dran warte mal hier schon das woll ja ne da haben wir doch nur wer ich besiegt aber ja komm wo ihn interessiert kommen wir da wieder ja hier kommen wir raus ja ok danke ja scheiß drauf wir müssen ja eh raus oder ja purple purple damage ok dann haben wir es ja von da ich finde es aber schade dass es nicht auf deutsch gibt das finde ich ein bisschen schade es gibt es glaube ich auf deutsch echt ja ich glaube ich habe es gehört dass es auf deutsch aber es ist später rausgekommen auf jeden fall ah krass 94 damage alter geil very slow okay dann agil critter ich glaube ich nehme das ding hier dieses amulett oder bei mir gibt es ein komisches amulett ich weiß gar nicht was ist das überhaupt alter was ist das was ah das ist für ein hund ne alter what the fuck mein hund oder meine viech macht jetzt eis hat jetzt eis armor und macht jetzt keine ahnung irgendwas mehr schaden oder so ramsay heißt er ist das ein ring ja das ist ein ring ne ich habe einen ring und meine eier oder das war nix kann ich wieder aufleveln nö ah das das ist für mein tier wo kann man das wo kann man ein tier inventar geht uns da geh ich einfach auf diesen gegenstand drück shift und klick auf das komische ding du dann kann ich rüber pfeifen warte mal ich mach alles was ich noch nicht tragen kann mach ich einfach mal zu meinem viech dann kann ich der rest nämlich verkaufe wie meinst rüber pfeifen ähm dass mein viech das trägt weißt ja muss man doch nicht irgendwie hin ja wo du drückst hals shift gedrückt und drückst einfach auf den gegenstand wo du rüber haben möchtest ah ok 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 ja und ich mach alles rüber was ich halt noch nicht w w